Alles klar, alles auf Position. Das Auto hier hin, hier hin, fahr hier hin, fahr zurück. Das Heim fährt da drüben mit ein Safety Car. Hier vorne bitte, ich arbeite bitte hier an das Publikum hier drüben. Gehen Sie bitte ein kleines Stück weiter zurück. Die Kinder, etwas, die Kinder etwas zurück bitte. Weiter, 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 weiter. Fahr hier vorwärts ein bisschen ran. Ja? Okay, alles klar. Aussteigen, stehen lassen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, liebes Publikum. Der Fahrer geht nun auf Position. Halten Sie Ihre Kameras bereit, Ihre Telefone. Jetzt kommt der sogenannte Flanel Crash. Im Auto. Unser Alex, Amok Alex. Alles klar? Alles auf Position? Simon? Bist du bereit? Alles? Alles klar? Schön festhalten, die Daumen nach außen drehen. Los geht's! Weiter, 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 rein. Vollgas, Out, drauf! Jawohl, der kommt da! Wow! Wow! Was für ein kaputter Brot! Ja, 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 ja. Wow, 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 wow! Auto ist kaputt, alles aus! So wie's aussieht, geht's dem Fahrer anscheinend ganz gut, der wollte noch mal, der verrückte. Haben Sie diesen Riesenflug gesehen? Geben Sie uns an Amok Alex, einen Riesenapplaus! Jawohl! Das ist ein Riesenflug für Sie! Bist du gut? Was macht jetzt hier denn so doof? Alles klar! Nochmal ein riesen Applaus für unseren Alex. So, mach dich fertig. Ja? Okay. Alles klar. Ähm. Das haben wir gemacht. Zurena fahren. Autocrash 1, Autocrash 2. Feuer. Explosionen. Ja, liebes Publikum. Wir sagen Dankeschön, dass Sie heute gekommen sind. Kommen Sie gut nach Hause. Gehen Sie langsam. Das war's. Das war's.